Hallihallo Hallihalle Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Hunter Wir haben diesmal vor Dammherrsche wieder mal zu jagen Allerdings habe ich da eine kleine Überraschung Ich habe hier was gekauft Damit werden wir sie locken Ich hoffe es zumindest Das Ding wirkt nicht wirklich vertrauenserweckend, aber Jo, vertrauen wir mal den Entwicklern würde ich sagen und somit bin ich verlassen Naja So, dann gehen wir mal zu unserem Missionsgebiet würde ich mal sagen und Musik, bitte mal leise werden, Dankeschön So, ab in den herrlichen schönen, schönen Wald hier Mal gucken, wie rum müssen wir gehen Ich habe es vergessen wieder mal Ich und Orientierung hier, wunderbar, geradeaus Geradeaus, gefällt mir immer Also, ich muss sagen Queffelt ein, hilft ungemein So, sind wir fast da Mal gucken Na gut, ist noch ein Stückchen Bisschen vertan habe ich mich Allerdings brauchen wir erstmal eine Spur Oh, ohne ohne Um ganz weiter zu machen So, hier sind die Maisfelder auf jeden Fall Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass wir irgendwelche Viecher finden Jo, wir sind im Missionsgebiet Okay, dann laufen wir besser mal nicht mehr Und schauen mal, ob wir irgendwo Ein paar Spuren finden von dem Dammhirsch Ja, braucht echt Geduld bei den Viechern So, gucken wir mal Ob wir hier irgendwas sehen Jetzt mal locken Jetzt mal locken wir mal Erstmal schön locken So, ich habe mir Ob wir hier Wir haben Die 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 Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau. Schau, schau. Schau. Schau, schau. 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 Er kommt, glaube ich. Er kommt auf den Zug. Wunderbar, wunderbar. Komm, komm, komm. Ich warte noch ein bisschen. Komm, ruhig, dichter. Uh, sind noch zwei. Sehr schön. Verdammt. Komm. Ich kippe um. Verdammt. Ja, das ist die Losung. Die sieht mich immer nicht. Mich interessiert eher, ob der verletzt ist oder nicht. Sieht aber schlecht aus bisher. Verdammt. Ich sehe nur lau... Ach, nee. Habe ich das nicht getroffen oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Boah, Mann. Hä? du musst du denn da danke schön bis überlieb verstehe ich gerade nicht warum dir da steht aber macht man ein bisschen beruhigen ich glaube der ist tot bewegt sich dreck sicher aber warum ist er stehen geblieben muss ich nicht verstehen oder so ich vermute mal das war einfach mitleid anders kann es mir nicht erklären eigentlich zählt er nicht leute erzählt wirklich nicht ach man ärgert mich gerade das ist so ein noob bin ich verstehe das aber nicht ich bin mal hundertprozentig sicher dass ich getroffen habe also die damme herrsche bringt mich noch zum wahnsinn ohne witz wo ich eigentlich hinlaufen okay dann wacht mir hier wieder mann 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 aber wieso ich stehe es nicht die sind alle abgehauen direkt und der bleibt da verstehen naja ich muss zugeben er fühle ich mich gerade schrecklich als gut weil mich war das nicht wirklich erfolgserlebnis gerade also war er jämmerlich ich hoffe nimmt mir das nicht übel das ich jetzt mitgenommen habe oder degradiert mich jetzt gerade auf mich sind die viecher echt schwer die damme herrsche warum auch immer naja übung macht den meister erst mal nachladen hier das wäre fotos mann oder sind immer noch schwarz immer noch schwarz ich glaube deswegen kann ich auch die mission nicht machen die mission ich kann es mir immer nicht verstehen warum ich muss jetzt noch mal ich muss noch mal checken also irgendwie finde ich das sehr merkwürdig ich musste mal gucken jetzt gib mir nicht den kopf mit dem damme herrsch dass ich nicht getroffen habe oh oh gott oh gott dann noch so nebelig ach nee das ist ein wahr sein ich hätte es nicht gedacht dass es sich so schnell wieder beruhigt gib ich zu hätte ich nicht gedacht nebel könntest du bitte mal weg gehen bisschen bisschen nervig Na gut, ein Vorteil hat es. Die Tiere sehen mich auch weniger. Hoffe ich mal. Ich brauche noch einen mehr. Einen einzigen. Genau, fangen zu regnen. Wunderbar. Sehr schön. Ich hasse dieses Wetter hier. Ich komme vor, wie ein Moorhund gerade hier. Ah, schön. Man sieht was. Ah, herrlich. Unglaublich. Runter. Pumpschrei. Sehr gut. Komm her. Ich brauche dich, Mädchen. Wir haben einen Mann und einen Weib. Wäre doch schön, ne? Eine Hirschkuh. Das Spiel ist echt anstrengend für die Augen, merke ich. Also, darf man nicht unterschätzen. Man muss sich echt konzentrieren hier. Ich habe gestern um 5 Uhr morgens versucht, Aufnahme zu machen. Es ist kein Scherz. Ich habe bestimmt 150 Spuren verfolgt. Ein wenig der blöden Fleischwunde. Und finde den Kerl nicht. Das war echt unglaublich. Ich bin auf die nächste Mission gespannt, ey. Ich hoffe, ich habe etwas Besseres. Pumpschrei. Wo bist du? Oh Gott sei Dank. Die Sonne kommt raus. Dann wird der Nebel auch weggehen. Da sehe ich auch ein bisschen mehr. Und mir fällt auf, ich sollte meinen Monitor mal putzen. Oh, hi. Hi. Habe ich gar nicht gesehen, beinahe. Hi, 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 hi. Komm, noch ein bisschen locken. Komm, Mädchen. Das ist Nummer 2 auf meiner Liste. Komm, komm, komm. Ich brauche die Waffe. Wollhack. Aha, ich traue mich nicht. Da ist sie. Okay. Nochmal. Komm, Mädchen. Komm, stirb. Ist mir egal. Wie, hauptsache, du stirbst einfach. Boah. Boah. Ich habe hier mal einige Treffer verpasst, hier in dem Mädel. So weit kann sie nicht kommen eigentlich. Ich frage nur wohl. Oh Gott, wo habe ich die getroffen? Ich brauche nur Blut. Nee, Frustspuren brauchen wir nicht. Dammit. Das ist die Frage jetzt. Das müsste ich sagen eigentlich, glaube ich. Ich bin mir schon prozent sicher, aber ich glaube, es ist die Spur. Dieses blöde Feld, das... Da was finden, ist so eine Sache für sich. Frustspuren laufend. Ah. Fleischwohnen, nein. Hey. Bist du vielleicht die Verletzte? Alter. Es ist die Verletzte. Definitiv. War im Knallenschuss. Was? Was ist denn hier los? Okay. Aua. Boah. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe, glaube ich, jemanden machen neue Freunde. Ich habe, glaube ich, mit Robert Sommer, und er war sehr froh, wie du die Falao-Dier in seinen Kornfield. Du weißt, Sommer ist ein echtes Enthusiast von Spezial-Equipment-Hunten. Boah-Hunten ist eine seiner Fassion. Ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Das war mal Buggy-Time heute. Ey, es ist... Mir fällt dazu nichts mehr ein, Leute. Tut mir leid. Mir fällt dazu echt nichts mehr... Was geht denn jetzt ab hier? Hammer! Was geht denn hier ab? Ich muss das nicht verstehen, oder? Also irgendwas ist hier faul. Definitiv. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Puh. Ey, Leute, schaut euch das doch mal an. Das ist doch nicht mehr normal hier. Das ist doch nicht mehr normal. Guckt euch das mal an. Und mir macht Spaß so. Eins. Drei. Okay, was geht hier ab? Wie viele hier sind? Was ist denn hier los? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also irgendwie ist hier was echt faul. Wollen wir halt mal kurz einen Prozess mit euch allen. Können wir aus der Hüfte schießen auch. Jupp, das geht auch. Okay. Tschüss. Wow. Hammer, hat das wie hier. Okay. Wenn es euch gefallen hat, Leute. Trotz dieser Bugs. Tut mir leid, aber dann kann ich auch nichts mehr. Wie gesagt. Ah, Mann. Okay. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute. Trotz den zahlreichen Bugs, die wir jetzt hier hatten. Lasst mir bitte einen Kommentar noch da. Oder ein Abo. Oder ein Like. Ich würde mich super drüber freuen. Also, Leute. Man sieht sich. Man hört sich. Man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Euer Trixi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.